So Leute, ich bin jetzt hier an der Schule angekommen, auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier an so einer Ecke, wo die Jungs und ich immer chillen, wenn wir, also meine Jungs und ich, immer chillen, wenn wir auf den Bus warten, ähnliches. Und viele fragen jetzt, also es fahren ja schon einige Büsse. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, ob heute Nachmittag ein Bus kommt, ob das Wetter vielleicht besser wird oder was auch immer. Das sehen wir auf jeden Fall dann später. Aber jetzt geht's erstmal los zum Lernen. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, aber ich muss trotzdem rein. Und ja, im Schulhaus dann halt warten, weil ich bin jetzt da, der Lehrer hat mich schon gesehen. Ich habe jetzt nur kurz diese Info gemacht und habe ihm gesagt, ich muss halt telefonieren und ähnliches. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall dann rein. Und wie das Wetter danach ist und viele weitere Situationen werden wir ja dann sehen.